Ja, die Musik puszt mich auf jeden Fall, da kriegt man richtig gute Laune auf jeden Fall. Okay, das große Logo-Quiz. Kannst du diese 25 Logos erraten? Da bin ich sehr gespannt. Ich werde nicht rauf gucken. Ich werde nicht bei euch gucken. Das ist richtig, deswegen. Sollte ich Emote-Only machen? Ich mache Emote-Only, damit mich hier keiner spoilert. Ich will hier gar nichts sehen. So, jetzt wird hier keiner schreiben können. Ey, Anton, du kannst ja trotzdem schreiben. Ja, Mann, Junge, schreibt doch jetzt hier nicht noch ein halbes Kapitel. Reicht doch langsam. Ey, wisst ihr, was mir auffällt? Der Hintergrund ist Booster. Das ist einfach der Standard-Booster. Das ist der Hintergrund davon. Junge! So, let's go. Pepsi. Ach, das ist bestimmt irgendeine NBA-Scheiße, wovon ich keine Ahnung habe. Aber ich sage Pepsi, Alter. Nein, nicht. Das ist doch Pepsi. Ich habe doch schon 20 Pepsi ins Offen. Ich bin der absolute Logo-Kenner. Ihr ganzes Xer, ich wandere aus und werde selbstständig. Äh? Honda! 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 Alter, ich habe voll Angst, dass ich die Xer anziele, Mann. Oh, Bruder, ich bin so aufgeregt. Guck mal, meine schlitzigen Hände. Boah! Nicht pausieren, okay. Honda, let's go. Kein Problem. Nicht pausieren. Motorola! Motorola, Motorola. Jetzt fällt mir erst mal auf, wie wenig man direkt auf die Details achtet. Hans-Dieter, danke schön. Vielen Dank. Yeah! Arm the King, man. Ich mache mal ein bisschen leiser hier. So, damit wir uns hier alle... Hä, willst du mich verarschen? Woher soll ich denn das für... Was ist das denn? Hä? Ja, okay, sorry. Ist das denn für eine B***, Alter? Nissan! Nissan? Nee, Opel, Nissan? Doch, Nissan! Ja, hey, ich glaube einfach an mich. Lacoste! Da muss ich doch nicht lange überlegen. Mein halber Frank ist doch voll damit. Nessle? Das ist doch bestimmt Nessle. Oder? Das ist doch bestimmt Nessle. Junge, ihr O***er, ihr beutet die ganze Welt aus. Aber Hauptsache Vögel in einem Vogelnest. Glückliche Vögel. Hyundai! Das ist Hyundai! Hyundai! Das ist aber nicht Rolex, oder? Das passt nicht, oder? Rolex? Rolex! Ja! Ja! Bentley! Das ist Bentley, mein Freund! It's Batschi! Dankeschön! Vielen Dank für die Unterstützung! Na Mensch, das ist doch kein Problem für mich! Mastercard! Da müssen wir doch nicht quatschen, Alter! Zahle ich doch 20 Mal mit am Tag! Das ist die Mastercard! Disney! Das ist Disney! Meine Lieblingsfilme kommen von da! Disney Plus! Geile Abo! Was ihr gehört? Jawohl, Disney! Ja, sorry, du Model! Tut mir leid! Chef-Rollé! Das ist Chef-Rollé! Das ist Chef-Rollé! Tillmanns Toast! Das ist... Das ist doch Tillmanns Toasti! Was ist denn John Deere, alter-dein-Morch? Voll- bitte voll! Till... Ja, hab's denn... Keine Ahnung! Oh, diese Bank! Ich komm' nicht hier! Das ist die... S'antander! Das ist die... Das ist die... S'antander? Ja, Dicke Ich schwöre Golf Chanel Das ist Chanel Ich schwöre, Anton, das war gerade Esisbrücke Chanel Ja Dicke, ich komme gerade nicht drauf Nein, Ralf Laureen Oh Alter Äh, BP Dit ist BP, Alter Da wird ein guter Stoff hochgepumpt für uns Louis Vuitton Louis Vuitton Dingelingeling Oh, Lagnese Dit passt nicht, oder? Ist dit Lagnese? Ja, Nana, du musst nicht lachen Dicke Keine Ahnung Oh, sich her Hermes Lexus Lexus Ich Lexus Hukobuk Hukobuk Nein Ah nein, Allianz Nein, das war das Nein, aber ich hatte Ich hatte Ich habe aber richtig gedacht Ich habe richtig gedacht Nein, Hukobuk war das Gelbe Äh, Starbucks Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein, Hukobuk Ich habe nur drei Falsche gehabt Oder so War doch geil Ja, ja Schreibt es dir auf jeden Fall in die Kommentare Dankeschön für das Video Ja Naja, aber ging doch klar, oder? War doch jetzt nicht so schlecht